Na, wird der müde? Der DAX offensichtlich noch nicht so richtig, denn wenn man ehrlich ist, es geht immer noch tapfer nach oben. Die letzten Stunden, der heutige Tag, immer noch weiter gestiegen. 14.937, aktueller Stand für den Index. Also hervorragend, das Ganze weiterhin auf dem Weg nach oben. Es scheint keine Grenze zu geben. Aber ich habe mal heute eine übergeordnete Zeichnung hier nochmal drin. Ihr seht, wir sind in so einem gewissen Widerstandsbereich hier drin. Also ihr seht, hier sind so mehrere Zwischentiefs. Die sind jetzt nicht so von wegen, der Markt muss da drehen, da ist ein Widerstand, das ist grober Unfug. Aber wir erinnern uns, wir sind in diesen typischen Pattern eigentlich da, wo jetzt so langsam, aber sicher mal eine Pause gar nicht so schlecht wäre. Und na, hier sieht so ein bisschen aus, als ob er abflacht. Aber das sollten wir nicht überbewerten. Das ist im großen Bild immer noch eine Aufwärtsbewegung. Wer also long ist, der ist auf jeden Fall noch nicht auf der falschen Seite. Vielleicht einen Stop in irgendeiner Form hinterherziehen. Eine Möglichkeit wäre ein super Trend. Parabolik, sowas in der Richtung. Einfach, dass wenn der Trend beendet ist, dass man dann gegebenenfalls rausfliegt, ob man sich dann für den etwas weiteren entscheidet oder für die etwas engeren. Das hängt so ein bisschen vom Zeitrahmen ab, den man dann wählt beispielsweise oder den Parametern. Tipp übrigens, ich mache die Parameter immer standardmäßig, bin ich ein bisschen faul, aber ich passe die Zeiten entsprechend dann an. Das heißt, wenn mir das auf Tagesebene zu weit ist, wie angesprochen, also der Stop hier, das ist schon ganz schön weit weg vom aktuellen Niveau. Da würde ich gerne ein bisschen mehr absichern. Ja, da muss ich zum Beispiel im 4-Stunden-Chart oder vielleicht sogar noch kleiner nachziehen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie aktiv ihr sein wollt. Ob ihr sagt, nee, nee, ich mache jetzt hier einfach mal so ein paar Stunden, dass ich da mitgehe und dann gehe ich auch wieder raus oder ob ihr das tageweise oder wochenweise behalten wollt. Die Richtung immer noch die richtige, allerdings aus meiner Sicht, es wird halt nach oben hin immer dünner. Für die längerfristigen alles kein Einstieg mehr, aus meiner Sicht. Für die kürzerfristigen natürlich immer dann, wenn wir ein schönes Korrektivmuster sehen, dann in die entsprechende starke Trendrichtung gehen. Die Trendrichtung war hier ganz klar nach oben orientiert, wenn man sich das hier anguckt. Hier war es noch ein Dreiwelle, da war es gut zu erkennen. Hier ist das sehr harmlos gewesen. Also das finde ich dann nicht mehr so richtig offensichtlich. Also ihr seht, das kann man dann durchaus auch mal verpassen. Allerdings, wenn er hier eine schöne Korrektur macht, dann kann man ja versuchen, ob man die dann gegebenenfalls nochmal ein bisschen in Trendrichtung weiterlaufen lässt. Eine Geschichte, die mir noch so halbwegs vorschwebt, ist, ich mache mal das 4-Stunden-Bild ein bisschen größer. Wir hatten hier vorne ja den starken Anstieg, den ganz klaren Dreiweller hier runter, entsprechend die Long-Seite. Er ist ja dann sogar weitergelaufen, darüber haben wir gesprochen. Eigentlich fehlt mir jetzt noch die vierte Welle. Also sowas in der Richtung, dass wir irgendwie was kriegen wie dieses, muss jetzt nicht exakt so aussehen, aber irgendwie sowas in ungefähr dieser Größenordnung. Und selbst danach nochmal nach oben. Dann hätten wir wieder unser klassisches fünfwelliges Bild, das der Markt ja eigentlich so gerne sieht. Man sieht es nicht immer, man kann es nicht immer erkennen, aber wenn man es schon erkennen kann, dann ist es natürlich besonders auffällig. Also am schönsten, am liebsten wäre es mir, wenn er das nochmal machen würde für den letzten Anstieg und dann die Pause. Dann hätten wir nämlich im Großen unseren Fünfweller, hinten den kleinen Fünfweller und danach käme die größere Pause. Aber kein Thema für heute Nachmittag. Aktuell ist also mit Abwärts noch nicht so richtig was zu sehen. Zumindest mal beim DAX sieht es noch positiv aus. Aus meiner Sicht allerdings keine Einstiegskurse mehr, solange er nicht mal zwischendurch irgendwie korrektiv runter geht. Und das bringt mich gleich auf den amerikanischen Markt. Machen wir ein bisschen Augentraining. Denkt immer dran, wenn ihr eine starke Bewegung habt, anschließend eine Korrektiv. Korrektiv ist gerne dreiwellig, dann ist sehr gerne das, was wir vorne haben, hinten nochmal. Das ist insbesondere, wenn das die erste Welle ist. Hier ging es sogar bei einer Fortsetzungswelle. Und jetzt allerdings, nachdem wir das gesehen haben, geht der Schub nach unten. Ist das also das Ende der Aufwärtsbewegung? Insgesamt muss ich aber sagen, dass ich die Aufwärtsbewegung... Naja, sagt ihr doch mal was. Wie findet ihr die denn? Wir sind aufwärts unterwegs, jawohl. Also das ist eine Aufwärtsbewegung. Jetzt überlegen wir mal, ist das eine starke, ist das eine schwache Aufwärtsbewegung? Wie wollen wir die einschätzen? Wie macht man das? Also Richtung ist klar. Viele gucken prozentual. Davon halte ich ehrlich gesagt gar nicht viel, weil das ja immer sehr relativ ist. Gut, prozentual ist relativ. Nein, worauf es mir aber eher darauf ankommt, ist, wie gestaltet sich die Bewegung? Was haben wir denn, zum Beispiel, wenn wir von da an gucken, das ist ja ein Tief, irgendeins jetzt. Nehmen wir mal das da. Und das ist eine Aufwärtsbewegung. Was haben wir für Gegenbewegung? Wir hatten hier eine starke. Wir hatten hier eine. Wir hatten hier eine. Wir hatten hier eine. Wir hatten hier eine. Jetzt haben wir hier wieder eine. Die sind ganz schön überschneidend. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Marktteilnehmer so richtig Lust nach oben noch nicht haben. Ja, wir sind doch nach oben gegangen. Ja, sind sie, aber nicht mit guter Laune. Wenn sie mit guter Laune gehen, dann gehen sie so wie das Teilstück hier vorne vielleicht. Oder so wie wir es hier hatten. Ja, aber nicht so irgendwie, das sieht schon aus, als ob sie so richtig Kraft nicht mehr haben. Ihr seht den Unterschied hier. Hier haben wir auch so Gegenbewegungen, gleicher Größe beispielsweise. Hier haben wir auch Gegenbewegungen. Hier sind sie überschneidend. Kein so gut. Und hier nochmal ein Rücksetzer. Und da hinten der starke, den lassen wir nochmal weg. Aber egal, alle sprechen dafür. Aber das ist nicht die richtige Richtung. Ja, S und P. Genau das Gleiche. Ihr seht, dass wir hier vorne die relativ starke Bewegung, dreiwellig als Korrektur, die Fortsetzung nochmal nach oben, aber Gegenbewegung, Gegenbewegung, Gegenbewegung. Hier sogar nochmal eine kleine interne. Alles mit Kursüberschneidung. Also man sieht so, dass die Marktteilnehmer aktuell im Intraday-Bereich, hier der Nasdaq, genau das gleiche Bild. Gegenbewegung, Gegenbewegung. Ich traue dem nicht mehr so richtig, dem Braten, was die Aufwärtsbewegung angeht. Das heißt nicht, dass der Kurs doch noch nach oben gehen kann. Es heißt aber, dass die Wahrscheinlichkeiten für diese Bewegung nicht so hoch sind. Und deshalb für mich ist das kein besonders sinnvoller Einstieg, da an der Stelle reinzugehen. Ich würde da also mich eher zurückhalten und ein bisschen warten, bis er wieder ein klares Bild macht. Also eine starke Bewegungsrichtung, gefolgt von einer schwachen, damit ich weiß, was ist die starke. Die sieht dann von mir aus sehr gerne fünfwellig aus. Die schwache, die Korrektur, ist sehr gerne dreiwellig. Und dann habe ich die Erwartungshaltung, dass es in die starke Richtung nochmal weitergeht. Und dementsprechend in dem Fall, weil die starke war nach oben, also hier nochmal die Aufwärtsbewegung. Jetzt sind wir allerdings relativ schwach auf dem Weg nach oben. Gefällt mir nicht mehr so gut. Das heißt, wenn ich noch drin wäre, hier in so einer Situation Gewinne mitnehmen oder zumindest einen Stopp eng ranziehen. Denn das macht jetzt keinen Spaß mehr, da zuzugucken, wenn er ständig so vor sich hin eiert. Was bräuchte ich, damit ich wieder Spaß kriege? Vielleicht bekommen wir nachher so eine Bewegung und dann anschließend eine solche Korrektur. Das hätte ich eigentlich am liebsten. Denn dann hätten wir einen schönen Hochpunkt, denn der Kurs kam ja hier ein gutes Stück von unten. Wir hätten hier also sowohl eine starke als auch eine erste Bewegung. Dann wäre das die Korrektivbewegung. Und ihr könnt euch überlegen, das ist quasi der Stopp für ein Short Selling in dem Fall. Also Bruch unter diese Marke mit Erwartungshaltung, dass es hier nochmal tiefer geht in dem Fall. Also ihr seht, im Moment bin ich nicht mehr so richtig glücklich, was die Longseite hier angeht. Beim DAX mag das nochmal was anderes sein. Aber bei den amerikanischen Indizes habe ich so ein bisschen den Eindruck, Intraday, die wollen nicht mehr so richtig, die trauen sich nicht so richtig. Ich bin da also eher vorsichtig. Ich bräuchte wieder eine klare Schubrichtung. Und nachdem es jetzt nach oben immer doofer wurde, dann wäre doch an der Zeit, nach unten wieder eine Schubrichtung zu haben. Ich weiß, viele sagen, jetzt wünscht ihr doch nicht die Abwärtsrichtung. Ich kann euch beruhigen. Was immer ich mir wünsche, passiert sowieso nicht an der Börse. Allerdings nur das, was passiert und mir gefällt, werde ich für den Handel einsetzen. Also insofern macht euch da keine Sorge. Mir ist das theoretisch von der Richtung mehr oder weniger egal. Wir sind positioniert sowieso in beide Richtungen. Je nachdem, was für einen Titel. Also wir haben Long-Titel, wir haben Short-Titel. Wir suchen immer bewusst verschiedene Richtungen raus. Dass, wenn wir mit der einen falsch liegen, wir mit der anderen in der Regel hoffentlich mehr verdienen, als wir mit der anderen Seite verlieren. Insofern, ja, der Markt soll halt machen, was er will. Macht er ja eh. Da kann man tun, was man will. Wenn man dann sich entsprechend der besseren Seite jeweils aufstellt, dann hat man eine ganz gute Chance, dass man entsprechend da mit dabei ist. Also in diesem Sinne, traut dem nach oben hin. Nicht zu leichtgläubig, denn das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Lasst euch dann überzeugen, wenn es wirklich sehr korrektiv nach unten geht und steile Bewegungen nach oben macht, dass ihr dann sagt, okay, also eigentlich umgekehrt erst. Also stellt euch vor, der wackelt jetzt hier runter und dann macht er eine steile hoch, eine wackelige runter. Ja, dann ist das natürlich auch wieder ein Long-Einstieg. Denkt immer an dieses Beispiel, was wir hier haben. Das Teilstück überlappungsfrei, ABC-Korrektur und nochmal Fortsetzungen hier im kleinen Bild. Also ihr seht, das lässt sich auf alle möglichen Zeitebenen im Kleinen wie in den größeren, haben wir ja schon mehrmals darüber gesprochen, entsprechend umsetzen. So, zum größeren Bild will ich jetzt hier nicht nochmal reden. Das haben wir die letzten Tage häufiger gemacht. Wir bleiben in dem Fall jetzt mal hier den Fokus hier drauf. Nicht so super überzeugend. Noch kein Grund Short zu gehen. Short wäre das. Korrektiv nach oben. Dann extremst gerne, wenn er sowas in der Richtung macht. Dann hat das auf jeden Fall einen gewissen Charme. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße. Das war's Gute und liebe Grüße.